Ihr kennt Hilo? Stopp! Aber es gibt einen, den kennt ihr noch nicht. Seid ihr heiß drauf? Hier kommt Kort. Hier kommt Kort. Seid ihr heiß drauf? Und jetzt alle, alle bitte, alle nochmal. Ja, Ihnen, Sie stört das auch nicht, wenn Sie mal so kurzwelle auch mal Musiksendungen, das machen Sie auch, das hören Sie auch, ja? Das hören Sie auch. Ja, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz was dazu sagen, was sind denn das für Geräte? Hören Sie mit diesen Dingern, die man also auch so zu kaufen bekommt, oder haben Sie spezielle Empfänger, oder bauen Sie sich da noch bestimmte Dinge ein, um sich dieses oder jenes etwas besser ranholen zu können? Auf alle Fälle benutzen wir handelsübliche Empfänger, an und für sich mit relativ wenig Komfort, und bauen dann eben, sagen wir mal, wie P-Filter oder so etwas vor die Geräte. Da gibt es ja noch so Bauanleitungen, die da so in den Kreisen gehandelt werden. Ja, die werden in den Kreisen gehandelt. Bestimmte Antennenabmessungen oder so weiter. Da gibt es natürlich auch Firmen, die sich sagen, ach, na, liebe Freunde, mach doch das nicht selber, kauf doch lieber einen schönen Weltempfänger von uns, nicht? Und ich will es mal keine Firmen nennen, aber es war doch jemand da, von einer großen bundesdeutschen Radio-Fernseh-Firma, und hat Ihnen da so ein schönes Gerät, so ein Weltempfänger, überreicht, ja. Zur Gründungsveranstaltung, wer hat denn den jetzt? Na, im Moment steht er bei mir, Herrn Postmann, bei mir zu Hause, ja. Und wir haben so ein Verfahren gefunden, das wir, um Empfangsberichte zu überprüfen, die dann in unserer Hobby-Zeitung publiziert werden, und das Gerät, dem habe ich vorhin immer gegeben, der diese Aufgabe erfüllt, und das wird der Lutz-Andreas sein, aus Sennigsdorf, der heute nicht dabei sein kann, aber dort geht das dann in den nächsten Tagen hin. Naja, aber wenn ich trotzdem sagen darf, na klar, wir haben bisher Geräte gehabt, die funktionierten und uns auch in der Arbeit beflügelt haben, aber wenn wir natürlich diesen Satellit 510, ich sage jetzt irgendwann nicht die Firma, dann ist das natürlich spitze, also es ist so, dass da fest eingespeichert sind 42 Stationen, Kurzwellenstationen, die man hören kann, und da geht das nur noch auf Knopfdruck, dass man diese Sender abrufen kann, und man kann weitere 40 Stationen einspeichern, die dann auf Abruf zur Verfügung stehen, sodass man also mit relativ einfachen Mitteln die Sender hören kann, aber gleichzeitig natürlich auch wie in altbewährter Weise auch das ganze Frequenzband der Kurzwelle, der Mittelwelle, der langen Welle des UKW-Bereichs durchdrehen kann und auch alle Sender hören kann. Das ist natürlich für unsere Begriffe, für den Radiohörer, um es nicht ganz so technisch zu machen, denn es gibt auch Leute, die einfach bloß einen Sender hören wollen und keine TX-Spezialisten werden wollen, die sind uns genauso willkommen in unserer Arbeit wie welche, die nun mit hohen technischem Aufwand irgendwas betreiben und dann Spezialisten werden. Beide Zielgruppen sind eigentlich bei uns im Radioclub beheimatet, und das soll auch so sein. Sind dir die Firmen jetzt auch daran interessiert, zum Beispiel die Firma, die Ihnen jetzt diesen schönen Weltempfänger hat zukommen lassen, ist die daran interessiert und sagt, also schreiben Sie uns doch mal Ihre Erfahrungen mit dem Ding oder was Ihnen da nicht gefällt oder so. Gibt es direkt auch, oder zum Beispiel von den Antennenherstellern, kann ja auch sein, dass die sagen, also da gibt es jetzt so einen Radioclub und wir schenken denen einfach mal jetzt eine Antennenanlage und im Gegenzug dazu wird der Club uns mal so ein bisschen berichten, was man damit reinbekommt und was eben nicht möglich ist damit. Wie sieht das aus, Herr? Ja, ganz so alles geprägt ist das noch nicht sicherlich. Es steckt so eine Vermutung dahinter und ich meine, wir verschließen uns dem auch nicht, weil uns an neuen Geräten natürlich auch gelegen ist. Wir wollen einfach auch neue Geräte haben, die unsere Arbeit vereinfacht. Und Gottchen, da sind natürlich unterschiedliche Anbieter da, die solche Weltempfänger produzieren und diese auch vermarkten. Das sind ja nicht bloß Empfänger, muss man auch deutlich sagen, Antennen, wie schon erwähnt, aber auch eine ganze Industrie, die dranhängt und eigentlich Bücher produziert für das komplette Hobby, ob das ganze Verlage sind, die auf der Strecke arbeiten. Denn man muss sehen, bei uns ist es noch etwas gering ausgeprägt, das Hobby, aber in der Bundesrepublik zum Beispiel sind das über 10.000 fest in Verbänden organisierte Hobbyfreunde, die das betreiben, also recht große Organisationen, die das machen. Und unser Ziel ist auch in die Richtung, wo man die Zeit drängt. Ich muss Sie hier so langsam so ein bisschen unterbrechen, so ein bisschen kürzen. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, man kann über dieses Hobby, was Sie da haben, da kann man, glaube ich, Stunden reden und alles Mögliche noch ansprechen an Details und an diesen Richtungen und an diesen Empfangsmöglichkeiten. Wir machen es einfach mal so. Die Leute, die sich dafür jetzt interessieren, für diesen Radiohörer-Club International e.V., die sollten jetzt eine Adresse mit auf den Weg bekommen, wohin man sich wenden kann, wenn man also Mitglied werden möchte. Herr Bussmann, gehen Sie mal ganz kurz bekannt. Es gibt im Moment zwei Adressen. Das ist zunächst die Adresse von unserem Vorsitzenden, dem Gerhard Krien. Das wäre Postschließfach 4 in Schmellen 4.000... 7.000... 7.000... 7.420. Oder hier in Leipzig an meiner Adresse, Straße am Park 16, Leipzig 7062 oder anrufen, Telefon 477951. Und dahinter verbirgt sich Hans-Joachim Brustmann. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Roger Tauer, bei Gerhard Krien, bei Hans-Joachim Brustmann, dass Sie hier waren. Hier bei uns im Leipzig-Heute-Studio uns ein wenig was erzählt haben, vom Radiohörer-Club International e.V., der am 31. März hier in Leipzig ins Leben gerufen wurde. Also dann wünsche ich Ihnen weiterhin guten störungsfreien Empfang und einen guten Heimweg. Tschüss. Dankeschön.